Wir haben ja in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum der Museumseisenbahn und da wollten wir mal was Besonderes machen und wir saßen abends mal in einer lockeren Runde zusammen und da ist die Idee geboren worden. Doch mal zu zeigen oder mal zu ermitteln, wer ist eigentlich schneller, eine Dampflokomotive oder eben die Läufer? Musik Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.